Herzlich willkommen hier beim Tiny Art House. Hier schön zu sehen. Das fertige Haus mit Terrasse, mit Autodusche und ich zeige euch, führe ich jetzt einmal hier kurz rum. Die Dusche funktioniert mit Gas. Die ganze Versorgung vom Haus kommt von dem Kasten hier, beziehungsweise hier sind die Ausgänge vom Waschbecken und unten kommt noch die Spülmaschine. Das Wasser kann hier drin gefiltert werden und dann eben in den Boden abfließen. Hier drinnen sind Gasflaschen, Elektroanschlüsse und nach wie vor Platz für Holz oder eine Ersatzgasflasche. Das Ganze hier ist auf portugiesisches System umgestellt, umgebaut worden, damit man hier eben sich portugiesischen Bedingungen anpasst. Das Ganze hier ist auf.